Herzlich Willkommen zum weiteren Herft My City. Ja heute mal auch so eine kleine, ein bisschen Info. Jetzt überlege ich gerade was wollte ich sagen. Ja kleine Info zu der Start. Ja jetzt geht's los, weil bis Montag ist die Map also jetzt am Wochenende wollte ich sie eigentlich offline stellen, dass ich den Rest da mache, aber ich gebe euch nochmal die Chance, weil da noch ein paar Flächen frei sind, dass ihr da ein Haus bauen könnt. Also jetzt am Wochenende ist sie noch online, ab Montag ist sie offline und dann mache ich ihm halt den Resten Montagabend noch. Da mache ich die Kleinigkeiten, die dann noch fehlen. Aber zuerst sieht er erstmal vor mir die Skins, also Skins neu. Ja und das ist eben halt das, die kleine Info die ich euch sagen wollte, dass es noch bis Montag geht und dann endet das Projekt auch und ich weiß auch noch nicht so ganz genau was ich danach mache. Ich habe so eine kleine Welt jetzt im Überleben. Da spiele ich mit Tratzorn, COBC spiele ich da drauf und da spielen wir im Saal so ein kleines, kleines Projekt mit Überleben. Ich sag, wenn ihr da drauf Bock habt, das lade ich so oder so hoch und nebenbei von den Überleben Projekt wollte ich gerne noch ein anderes Projekt machen. Da bin ich aber noch selber am gucken, weil zwei Projekte circa mache ich noch auf PS3 und dann gehe ich nämlich auf die 4 rüber. Das war mein Endlinger heute. Ja, dann gehe ich komplett auf die 4 und spiele auch keine 3 mehr. Da bin ich nur auf die 4 online. Und ja, jetzt haben wir hier noch so ein kleines Autohaus. Das hat die Heimbars gebaut. Das kleine Autohaus hier. Ja, das läuft ganz schön flink hier. Ich sag, ihr seht ja auch gleich noch ein bisschen, die Flieger noch ein bisschen rum. Sieht ja noch ein bisschen die Flächen, die frei sind. Hier vorne noch ein bisschen was frei. Da hinten überall noch ein bisschen was frei. Und das ist eben halt, weil ich versuche, bis Montag komplett die Stadt fertig zu haben, weil ich habe da auch selber noch einiges zu tun, was ich da machen muss. Aber das sollten wir hinkriegen, dass sie bis Montag fertig ist. Deswegen jetzt am Wochenende noch online und dann ist sie offline. Ja. So, wenn ihr das Video sieht, wisst ihr Bescheid, dass ich heute Abend online bin auf der Stadt. Also ihr könnt heute Abend beitreten. Ich mache die Lobby offen heute Abend. Damit ihr Bescheid wisst. Ja, da habe ich nochmal so ein Haus hingebaut einfach. Auf die Schnelligkeit. Ja, nicht auf die Schnelligkeit. Ich habe mir schon Zeit gelassen dafür, das Haus hinzubauen. Ja. Gehen wir auch mal direkt rein. Da haben wir hier mal ein Sofa, einen Beertisch, eine Fernsehecke. Sieht ihr ja da. Dann habe ich da einen Schrank, Essenstisch. Oh, das läuft. Kleinen Bett in der Küche. In der Küche, ein Bett. Hier wollte ich noch ein Auto reinsetzen. Mache ich aber später. Äh, ja, Badezimmer, Dusche, WC, alles ist dabei, Leute. Ist alles dabei. Ja, gehen wir direkt mal wieder raus. Aber so viel ist ja nicht zu zeigen. Dann gucken wir uns das nochmal weiter an, ne. Da fliegen wir erstmal ein Stück höher. Und dann sieht ihr jetzt nochmal alles ein bisschen von oben. Da, und das sind die freien Flächen. Die sind noch ein bisschen frei. Und dann habe ich rechts noch eine ganz große Fläche. Die soll auch bis Montag fertig werden. Da ist schon etwas größeres. Da, das sollten wir hinkriegen. Ja, dann habe ich hier vor mir. Von Max der Player das Haus. Da fliegen wir mal so ein Stück rum, ne. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Hier aus Quarz gehalten. Weiß und einfach. Äh, Treppenstufen. Stein Treppenstufen oder so heißen die, ne. Weiß ich jetzt nicht so genau, aber egal. Ja, auch nicht schlecht. Aber, das Haus ist ja leer. Hä? Ist ja leer. Oh, passiert. Ne, grüße an dich Max der Player. Haus nochmal fertig bauen, weil das ist ja echt noch leer. Ja. Ja, hier auch noch so ein Haus. Ja, ein Stahl sage ich jetzt mal dazu. Das läuft ja auch noch. Ein Stahl. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Das läuft. Auf jeden Fall, Leute. Äh, was haben wir denn noch? Ja, guck mal da rechts daneben sieht der so ein Feld. Aber mir fällt auch nicht mehr großartig ein, was man da auch hinbauen kann. Außer kleine Häuser oder ein paar Hochhäuser noch. Äh, hier sind auch noch freie Flächen. Da ist noch ein angefangenes Haus. Zwei angefangene Häuser. Eins weiß ich, wen das gehört. Und das andere weiß ich leider nicht. Dieses dunkle Holz. Äh, Haus. Weiß ich leider nicht, wen das gehört. Aber einfach mal gucken, ja. Sonst baue ich das zu Ende und dann passt das schon. Ja, den Tower habe ich letztens hingesetzt. Haben mir gesagt, ich habe Bock auf ein Hochhaus, ein kleines Hochhaus zu bauen. Ja, dann habe ich den hingebaut und dann habe ich hier unten Wasser reingesetzt und nehme halt Glas umrauf gesetzt. Habe ich Lust drauf. Das gefiel mir gut. Habe ich gedacht, komm, machst du jetzt einfach mal. Na, da noch so einen kleinen Park hingesetzt. Einen kleinen, aber feinen Park. Ja, mir gefällt er. Ja, den Brunnen, den habe ich... Wo habe ich den gesehen? Ich glaube, in einem Bild. Irgendwo habe ich den mal gesehen im Brunnen. Habe ich gedacht, komm, baust du den nach. Der ist zwar nicht zu 100% genau nachgeworden, aber ich habe ihn so gebaut, wie er mir gefallen hat. Aha, das läuft. Ja, und dann sieht er direkt vor mir, sieht er die große Fläche. Und das ist die Fläche, die noch bebaut werden muss. Und da rechts auch. Aber das sollte man alles hinkriegen. Ja. Da nochmal mein Klärwerk. Ein paar Häuser überall. Der Freizeitpark. Ja, das Haus habe ich auch vor kurzem hingebaut. Ja, und da ist... Da ist der RKW aus den Tortorians. Da ist das Original. So habe ich den als erstes gebaut. Ja, mir gefällt er so. Ja, ich sage, in den Tortor wird es, glaube ich, habe ich den ein bisschen verändert. Also ein bisschen anders aufgebaut. Nicht anders aufgebaut, aber vom Design her ein bisschen verändert, ne. Ja, ein bisschen. Sehe ich auch gerade so. Dass er ein bisschen anders ist. Aber das ist das Original. Da habe ich als erstes gebaut. Den hier. Den Holz... Den RKW mit dem Holzanhänger hinten. Der mit Holz beladen ist. Ja, Leute. Das war es dann auch wieder für die Folge. Weil mehr habe ich im Moment nicht. Da kommen in den nächsten Folgen. Wir werden noch ein bisschen mehr. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Vielen Dank.